Er ist tot. Endlich. Wurde vergiftet. Die haben Kali. Oh. Ja. Dieser Tote hat so einige Leichen im Keller. Wenn das alles rauskommt, steht in Münster kein Stein mehr auf dem anderen. Ja. Der Tatort. Sonntag 20.15 Uhr im Ersten und 21.45 Uhr in One. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020